... ... ... ... ... ... ... ... Gott, ich sterbe! Oh Gott, ich bin tot, alles klar! Gut! Hilfe! ... ... Ahh! ... Weil die Frau macht... ... die macht einfach nur damage. Er ist doch easy, oder? Ja ansonsten ist sie easy. Es ist nicht wahr. Oh mein Gott. Nein. Oh Gott, nein. Oh nein. 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 Der springt ab. Das ist gut. Das ist auch ziemlich okay. Das ist alles noch gut. Alles noch gut. Nein. Ich bin gestorben. Ich bin der Mo. Ihr wisst es. Es gibt nichts anderes. Dann. Würden wir jetzt in eine kleine meditative Phase eintauchen. Fangen wir mit den Tasten an. Aua. So. Und nun öffnet eure Augen. Oh. Das hat keiner gesehen. Als nächstes. Leckt einmal über eure Lippen. So. Feed Item. Das hier. Riecht eure Umgebung. Es tut mir leid, aber... Es gibt halt Roast Beef. Auf geht's. Als nächstes... Versucht, euch einmal auf die Ohren zu konzentrieren. Oh. Nein! Oh, nein! Ja, gut. Schade. Tada! Das hier ist der, in meinen Augen, schwierigste Black Knight Early. Ich schätze mal in den meisten anderen Augen ebenfalls. Und, äh... So viel dazu. Creed! Creed! Aber es hat funktioniert. Nice! Oder der Run läuft einfach perfekt. Booyah! Nice! Okay. Feuerball! Feuerball! Wun der schön. Und damit rutsche ich... Auf Platz Nummero Uno. Auf Platz Nummero Uno. drives noch auf. Und damit rutsche ich mich voll. Du bist in der Klicke. Und damit rutsche ich mir. Du bist in der Welt, Und dann mantener mich weiter. aqueles sind ja im Geburt.